Musik Also auch für die kleine Stadtwohnung hätte ich die Möglichkeit, dass man ein kleines Modul sich zulegt. Auf jeden Fall. Also gerade diese Größenordnung ist im modernen Bereich zwar Standard, aber im normalen Stadtbereich hat man nicht immer die Möglichkeit, solche großen Räume vorzufinden. Wir können zentimetergenau jede Küche einbauen. Das ist der große Vorteil von einer Schreinerei oder von einer Tischlerei, wie man in Österreich sagt, dass man alles ganz genau einpassen kann.